Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal und ihr werdet heute ein Best Of von mir sehen. Von was werde ich gleich erklären? Es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass es mehrere Enden gibt. Das ist das erste Ende von der Demo, das heißt, das ist der Part 1. Wenn ihr Part 2, 3 oder 4 sehen wollt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. In diesem Video seht ihr nur den Pussy-Part, aber ich habe schon so schon recht Schiss gehabt eigentlich. Ich bin keine Pussy. Ich war zwar ein bisschen müde, als ich es aufgenommen habe, trotzdem habe ich das gerade nicht recht gut bearbeitet. Deswegen würde ich mich echt über ein Like freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, weil ich möchte in Zukunft ein bisschen mehr Best Of-mäßig was machen. So Epic Moments. Und ja, das war's. Ansonsten könnt ihr euch jetzt auf jeden Samstag um 13 Uhr für neue Videos freuen und ja, oder? Es wurden keine Speicherdaten gefunden. Sie müssen neue Speicherdaten erstellen, um ihr Spiel zu speichern. Ohne Speicherdaten können sie nachher ne... Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ich habe mal richtig Bock gehabt zu zocken und zwar bei Resident Evil 7. Die Demo ist mega gruselig. Du erfreckst dich. Und deswegen willkommen zu meinem Best Of. Ich hoffe, euch gefällt das. Und äh, let's go 3, 2, 1, Penis. Yo, Bolli, was geht? Süß. Guck, Bolli ist ja gar nicht so scheiß süß, wie ich dachte. Okay, doch. Oh mein Gott. Die nagelneue Panasonic GH4. Steuerung. Vibration. Oh. Natürlich. Du sollst den Controller über dem Tisch halten. Äh, sagst du. Wird reingeschossen. Nö. Also jetzt erst recht. Oh mein Gott, Alter. Ich kann Klavier spielen. Tschüss. Bidet? Bidet. Alter, das ist mir jetzt schon viel zu gruselig. Nein, Spaß. Ich werde sie an den Stein zerschmettern. Ja, deine Mom werde ich an den Stein zerschmettern. Tschüss. Sieht ja aus wie bei mir zu Hause, Alter. Tschüss. Ich merke schon, was ich hier gemacht habe. Ha. Ha. Ah. Hm, ja. Hm, die Geräusche machen Spaß. Hm, der rote Knopf macht Spaß. Hm. Alter, ist das meine Mom? Okay, der war gar nicht. Kennt ihr das, wenn ihr einfach so einen roten Knopf seht und den einfach drücken wollt? Ich schwöre, wenn jetzt ein Jumpscare kommt, ne, ich fick den Entwickler. Egal, was ein Mann ist. Ha. Easy win. Das war nur mit der Tür. Egal, was ist das? Egal, wo kam das scheiß Baby? Hä? Echt? Alter, das sieht aus wie ich. Bidi? Bidi. Ähm, okay, wir brauchen einen Schlüssel. Easy. Ja, das ist ja easy, Leute. Ich habe gar nicht, also, was für Angst, Alter. Ich liebe diese Games, weil ich habe da sowas von gar keine Angst. Seht ihr hier? Easy durchrennen. Ah. Ha. 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 Ich weiß es. Und ich weiß, dass es 1000... Was 1000% ein Jumpscare ist. Aber erst mal ein Red Bull again. Hm, geil, Alter. Ladies and gentlemen. Ich war hier oben schon, aber ich will einfach nur nicht in diesen scheiß Raum. Ich will nicht in den scheiß Raum rein. Ha. Da ist so ein Fernseher drin. Ich will aber nicht rein. Kommt da was? Kommt da was? Okay, Leute, wisst ihr? Ich habe bei solchen Spielen eigentlich gar keine Angst. Es ist gar kein Problem, da jetzt einfach reinzugehen. Hey. Ich will nicht. Okay, jetzt meine Theorie. Ich mache die Kassette rein. Irgendwas Lautes passiert und so ein Fetzer kommt und bringt mich um. Bitte abonniert mich. Oh. Hä? Warte, warte, ich muss kurz Pause machen. You fucking pussy! Och, easy. Lieste, ich sage, gar kein Problem für mich. Ist das aus Verflucht, oder was? Sein Bizeps ist on point. Kann denn mein Bizeps sein? Ja. Oh mein Gott, das ist ein Herz. Hello. Das ist so wunderschön. Ich muss weinen. Ich drehe jetzt erstmal ein Porno mit den beiden Boys. Ja, klar, ich zuerst. Du kannst mir dann auch meine Eier lutschen. Ey, man kann halt auch echt nicht runtergucken, Mann. Ah! Mama. Mama! Mama! Ähm. Ja, bitte? Ey, jetzt komm doch runter. Come on. Ich will den jetzt nicht angucken. Der dreht sich safe um. Ey, ich kann auch nicht zu dem Typen gehen jetzt, ohne Spaß. Leute, egal was jetzt passiert, ja. Ich will nicht. Ah! Ich bin so eine Pussy gerade. Okay. Gerade kurz linken Bizeps angucken. Ja, okay. Ich bin der Boss. Hm. Oh mein Gott. Hä? Ja, das ist ja easy gewesen. Keine Ahnung, ob er da schießt hat, irgendwie den Typen anzugucken oder so. War too easy für mich. Ne, warte, wir machen das mit Anlauf, Leute. Easy, dann. Ich will nicht mehr. Ernsthaft? Das ist noch ein ganzer Gang mit anderen Räumen. Ah, ich habe den Schlüssel gefunden. Oh, dann gehen wir jetzt mal raus, würde ich sagen. Ach, du heilige Scheiße. Ich will nicht. Ich habe jetzt nicht ganz schnell auf Pause gedrückt. Ach, du heilige Scheiße. Alter, ich schwöre über mein Leben. Es geht nicht. Komm, wir rennen. Ja, aber erstmal muss man ja wissen. Ach, du. Wieso erschrecke ich mich bei so komischen Sachen? Das kann doch nicht sein. Ey, wie will ich Outlast 2 spielen, Mann? War easy für mich. Ich verstehe auch gar nicht, wie die Leute damit ein Problem haben. Ich verstehe auch gar nicht, wie die Leute damit ein Problem haben. Schlitz. Das war's.